...ins Übergang. So, und hallo Leute, wie ihr seht, seht ihr jetzt gerade nichts, aber ich sehe Ton, das ist schon mal gut. Du siehst Ton? Ich sehe Ton, oh. Ja, okay. Also ich rieche Essen. Aber damit bin ich raus und bis später, Leute. Tschau. Tschüss. Tschüss. Ja. Ja, moin. Bist du bereit? Ich bin, nee. Kann ich noch gehen? Nee, ist zu spät. Jetzt ist zu spät. Na gut, hallo, ich bin der Johnny. Wir spielen Wizard and Warriors 3. Das ist von 1992, ein Spiel aus meiner Kindheit. Ich bin alt, ja, du bist du. Und, ähm, ähm, ich sehe, dass die Zeiten noch nicht stimmen im Overlay, aber das ist nicht schlimm, weil es ist ein NES-Spiel und geht auch länger als zwölf Minuten und ist von 2000, nicht von 2011, sondern von 1992. Das ist der letzten Spiele der NES-Ära und, ähm, ja, es ist ein sehr lustiges Spiel, was Glitches und so angeht und es ist das Spiel mit der behindertsten Sprungphysik, das es eigentlich gibt. Aber das werdet ihr auch gleich sehen. Ja. Erzähl uns was von dir, außer, dass du alt bist. Ach, Kriegshilber, du guckst sie mir. Toll. So, ähm, ja, ich würde sagen, ähm, wir starten einfach, ne? Wollen wir starten? Nee, du starten willst. Ich muss mal gerade meinen Timer suchen, sonst sehe ich, ich möchte mich selber sehen, wie schlecht ich bin. Dann, ähm, starten wir nochmal neu. Okay, und wir starten dann den Run in drei, drei, let's go. Ah, der Run geht nicht los. Doch, er geht los. Okay, perfekt. Ja, ähm, generell das Spiel spiele ich seit, äh, wirklich seit 92, durchgehend. Also, ähm, meine beste Freundin, die ich jetzt seit 32 Jahren kenne, die hatte das von ihren Brüdern auf dem NES bekommen und seitdem zog ich dieses Spiel irgendwie und, ähm, dann haben wir uns mit der, ich glaube, das ist der, mit dem Gymnasium dann so ein bisschen aus den Augen verloren und dann habe ich mir irgendwie eine Freeway geschossen. Also, ich besitze das Game auch original und, 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 äh, seit Kindheit pur für mich und ich liebe dieses Spiel. Es ist so gesehen eigentlich Open World, weil jede Tür, die ihr seht, die kann man betreten und da ist auch was hinter und da ist auch was zu tun. Ja, wir spielen aber Any Percent, das heißt, äh, also ich spiele jetzt hier Any Percent, das bedeutet, wir machen gar nicht alles, sondern nur den möglichst schnellsten Weg. Außer, wenn ich spiele, weil ich es wahrscheinlich so hart verkacken werde, dass es, äh, wahrscheinlich trotzdem lang wird. Wochen wir irgendwas mit 20x Minuten. Der Weltrekord liegt bei, glaube ich, 19 Minuten 40. Aber das ist insane. Da komme ich nicht von mir, ihr seht. Also, dieses Spiel ist das einzige Spiel, wo man im Sprung langsamer wird, als wenn man läuft. So, also wir wollen halt so viel Bodenzeit wie möglich halt hier immer halten, in dem Game. So wenig springen, wie es geht, oder muss. Und, ähm, ja. Ähm. Diese Statue hat sehr lange I-Frames, also Unverwundbarkeits-Frames. Muss man immer ein bisschen warten, bis man sie wiederhitten kann. Und dann, sag, holen wir uns die erste Statue. Wir müssen drei verschiedenen Gilden beitreten. Es gibt die Diebesgilde, das ist Stufe 1. Diebesgilde, Bronze Stufe. Wir kriegen jetzt das Diebeskostüm. Damit werden wir in der Stadt beliebt. Weil Diebe natürlich total beliebt in der Stadt sind. Und, ähm, können schneller laufen. Der Dieb ist immer schneller als die anderen Klassen. Es gibt noch den Ritter und den Wizard and Warriors. Warum der Dieb nicht erwähnt wird, weiß ich nicht. Wo wir eigentlich... Ne? 90% der Zeit irgendwie als Dieb unterwegs sind eigentlich. Weil er halt am schnellsten ist. Und, ähm, ja. Jetzt machen wir uns auch direkt auf den Weg... Normalerweise müssten wir uns jetzt den, ähm... Bronze Magier holen und den Bronzerer und... Wow, das war close. Weil der Johnny ein Depp ist und vergessen hätte, was er tut. Das ist der Klötenmach. Weil er keine Brustmuskeln hat, sondern Eier als Kinn. Und jetzt sieht es so aus. Und... Wir holen uns die zweite Stufe direkt von der Diebes-Gilde. Theoretisch müsste man jetzt erst den Bronze Magier holen. Den Bronze Ritter. Und dann könnte man erst den... Silber... Äh, Dieb holen. Huch, was mach ich denn hier für ein Quatsch? Ähm, und dann alles Silber. Und den Silber Dieb holt man sich dann relativ... Och. Ähm. Oh, diese Dachschrägen. Dachschrägen rutscht man halt sofort. Und wenn man hier zu hoch springt, dann... RIP. So, der erste Glitch folgt hier. Ihr merkt das gar nicht. Aber hier ist nur eigentlich ein Beanstock. Den haben wir jetzt gar nicht erst spawnen lassen. Das ist eine Frame-Perfect-Geschichte. Man, wenn man zu hoch springt, nur ein Frame dann... RIP. Damage-Boost hier ist ein bisschen tricky. Wenn man Damage bekommt, wird man weggenockt. Und man muss... ...genau in die entgegensetzte Richtung drücken, um reingezogen zu werden. Kurz bevor man getroffen wird. Eine tolle Mechanik in diesem Spiel. Man muss ein bisschen antizipieren, wann man getroffen wird. Und im Optimalfall landet man oben auf der Plattform. Man kann hier Stunden verbringen. Oder einfach direkt durchkommen. Gut, dass ich mich vorhin warm gespielt habe, ne? Hast du kurz Zeit für eine Donation? Klar, Logo. Ich brauche hier eh noch. Und zwar haben wir von einem Runner-Kollegen von Markistan eine Donation von 20 Euro mit der Message Good luck, Johnny. Danke schön. Ach, come on. Markistan ist selber Runner. In dem Game. Andere Kategorie, 100%. Ne, ähm... All Guilds. Also er spielt dann wirklich komplett durch. So, das kann sich hier nur um Stunden handeln. Man kann hier auch die Leute einfach runterschubsen, ne? Das stört die auch einfach gar nicht, wenn man die, äh... die komplett hochgebaute mittelalterliche Standardstadt einfach komplett einfach in den Abgrund schiebt. Du guckt hier keine Sau. Was mich allerdings stört ist, dass ich jetzt hier gerade... nicht durchkomme. Jetzt haben wir's. Perfekt. Den Sprung müssen wir übrigens gleich nochmal machen. Das wird nochmal lustig. Wenn ihr mein Button-Smashing hört, ist es nur, weil jede Dialogbox mit allen Tasten gespeedet werden kann. Also mit Movement-Tasten und A, B. Und, ähm, ja. Die Dialogboxen mindestens acht Klicks brauchen, um zu verschwinden. Autoscroller sind ja grundsätzlich beliebt, man kann hier einfach... Ja, es gibt hier Tricktüren, wenn man sich da rein stellt, ist man tot, aber das... Also hier zum Verkacken in den Prüfungen ist eigentlich... ist eigentlich nicht möglich, also... Weil man guckt halt nicht hin. Ja, diese Statuen haben jetzt ein Movement-Set. Das, äh, kann man interrupten. Wenn man's richtig macht. Das nennt man Dodgen. Also die Statue dodged halt. Und wenn man es geschickt anstellt, also bei der silbernen Statue ist es ein bisschen schwieriger. Das ist das Dodge-Lock. Man kann sie einfach die ganze Zeit hinten halten, dann greift sie gar nicht an und geht nicht in Movement und... Ähm, ja. Dann, ähm, es gibt mal die Prüfung. So, jetzt haben wir die Brechstange bekommen. Und laufen irgendwie grün an. Macht aber nix. Wir sind noch schwimmend her, ihr seht da. Haben das Brotmesser abgelegt und, ähm... Machen uns jetzt hier in dieses Fenster auf. Und besiegen den nächsten blöden Kinnmann. Laza, findest du auch, dass er aussieht, als hätte er... Keine wirklichen Brustmuskeln, sondern, ähm... Sein Gebamsel oben hängen? Ach, schwierig. Ich finde das sehr, sehr schwierig. Aber, aber ein wenig, ja. Vielleicht mit viel Fantasie. Okay. Das reicht mir. Das reicht mir schon. So, jetzt haben wir wieder die Stadower. Jetzt müssen wir nochmal da hoch, nochmal diesen tollen Sprung machen, den mir gerade überhaupt nicht geklappt hat. Also nicht besonders vorzeigefähig. Aber erstmal wieder den Beanstalk wegblitschen. Und... Ah, jetzt spielen wir den Super Seducer 1.0. Das ist Prinzessin Julia. Julia hat einen Edelstein, den wir brauchen. Und, äh, sie hat noch zwei Schwestern, Lindsay und Joanne. Und wir haben ihr versprochen, sie zu heiraten, damit wir den Edelstein kriegen. Und... Ihre zwei Schwestern im Schloss, Lindsay und Joanne im... In Katakomben halt... ...zutreten. Äh, Johnny, wäre es für dich möglich, einmal kurz den Run zu pausieren. Wir müssten einmal die Quelle refreshen. Ähm... Ja, im Notfall können wir den Run auch nochmal restarten, das wäre auch nicht das Problem. Mir ist das gleich, wie ihr wollt. Wie ihr lieber ist. Soll ich das OBS sonst auf 60, äh, FPS stellen, damit's flüssiger läuft für euch? Ja, das wollt. Ähm, also das Problem ist nicht, ähm, deine Ausgabe, so wie ich das sehe. Wow, Tim. Kiss wurde refresh, du kannst es einmal weiter versuchen, dann können wir den dann sonst gleich auch noch mal restarten. Alles klar. Äh, Ada Moss ist übrigens, äh, Tim. Na, du, ihr kennt euch. Ah! So, jetzt, äh, muss ich mal gucken, wo ich jetzt den Hotkey für die... Pause hingeliebt hab. Warum ist das Spiel jetzt so? Hello, Fighter. Paused. Ja, ich weiß, dass das Spiel pausiert ist. User, join your channel. Okay, mein Spiel möchte einfach gar nicht mehr. Ich muss neu starten. Ja, wir starten einfach neu. Dann würde ich auch sagen, startet wir dann komplett neu. Ich hoffe, dass ich jetzt die kompletten Bildfehler gefixt hab. Ähm, ich bin noch nicht so ganz sicher, woran es liegt. Ähm, wenn es gleich wieder auftritt, dann, äh, ja, versuch ich weiter. Gut, dann, äh, starte ich nochmal neu. Viel Spaß ruhig. Jo, danke. Dankeschön. User left your channel. Dann nochmal. Das macht immer alles kaputt, ja. Ich hab überhaupt nichts gemacht. Ich war unschuldig. Wir glauben an dich. Wir glauben an dich. Du packst das. Ja, ja. Das kann ich nochmal den ganzen Kackver- Ver- Ver- Den Sprung verkacken, ne? Du kannst es jetzt First-Try machen. Ach so. Ja, genau. Ich sehe es als neue Chance. Ja, ja. Ich glaub, ich leb meinen Traum. Ja. Oder so. Dann, äh, starten wir einfach mal. Let's go. Again. Also, äh, komplett neu spiel. Ihr wisst gar nicht, was hier passiert. Äh, die rumlachen, um Löffelstil. Nein, also, äh, ja. Diesmal spiel ich mal ein bisschen ordentlicher. Prinzipiell der erste Teil des Runs nicht eigentlich ganz gut. Hm. Bis auf der Sprung nach oben. Letztlich. Das ist nur noch Abgrasen von, ähm, Punkten eigentlich. Hm. Und der Schwiegermutter-Fight, der totally RNG ist. Wie das auch eurem echt Leben ist. Der Schwiegermutter-Encounter ist immer der gefährlichste im ganzen Game. Hm. Hm. Also, wenn ihr das Spiel selber mal runnen wollt, ich kann's euch nur empfehlen. Es ist ein sehr cooles Spiel. Man kommt gut rein. Man muss einzig und allein am Anfang ein bisschen das Springen üben. Weil es total weird ist, weil man immer kurz stehen bleibt und komplett neuen Schwung aufbauen muss, wenn man anfängt loszuspringen. Muss man sich dran gewöhnen, man muss es mögen, aber prinzipiell ist es ein geiles Game. Ist es sehr schwierig, den Run zu lernen? Nein. Eigentlich nicht. Also, selbst ich schaff das. Immer so die beste Werbung, ne? Ähm, tatsächlich nein. Also, es gibt ein paar Glitches, die man halt, ähm, üben muss. Oder was heißt Glitches? Das sind ja auch, ja, also es läuft unter Glitch, 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 Glitch. Das ist halt ein Damage-Boost an der einen Stelle, den ich da halt nutze. Ähm, du musst halt wissen, dass wenn du Schaden kriegst, wirst du genockbacked in die entgegensetzte Richtung, die du gedrückst oder guckst. Und wenn du weißt, dass du jetzt gleich Damage kriegst und du möchtest das verhindern, dann musst du halt in dem anderen Moment genau in die entgegensetzte Richtung drücken. Ähnlich, als wenn du ein Wall, ähm, wie bei Mario Bros. 1, ähm, SMB1, wenn du halt in die Wand springen willst. Weil das Spiel dich, oh, ein Schlüssel nur, ja, moin. Ähm, ähm, wenn du halt in die Wand reingezogen werden möchtest. Ja, also man muss es halt üben, weil es eine Frame-Perfect-Geschichte ist. Also man muss es genau im richtigen Moment drücken. Aber prinzipiell kann man das immer lernen, klar. Man braucht halt Zeit, also ich habe jetzt auch lange dieses Spiel nicht mehr gespielt. Glaube ich ein halbes Jahr aktuell. Jetzt habe ich seit einer Woche wieder trainiert hier für Run. Ähm, aber auch der Sprung oben, der ist halt wirklich super präzise. Und bei einem Spiel, das 60 Frames pro Sekunde läuft. Oh, come on, Bro. Ähm, ist halt, es sind halt, es ist halt eine 61. Sekunde, die du Zeit hast, den richtigen Knopf zu drücken. Genau. Das sind die Random-Hitboxen in diesem Spiel übrigens. Immer ein Traum. Man muss nicht mal die Tür berühren, um durchzugehen. Also es sind so ein paar Sachen, die muss man halt wissen, um seine Zeiten zu spät zu optimieren. Aber prinzipiell, das Springen ist das A und O. Dann, Springen ist das, ist das für ein Spiel, das Zeitlos hat, bei Springen und einer Stadt und einer Unterwelt und einem Schloss, das komplett auf, auf ein, nein! Oh Gott! Das komplett aufeinander aufbaut. Ist halt, ähm, schwierig. Der erste Sprung war richtig gut. Den Double-Hit sollte man natürlich nie fressen. Das war zu gut. Danach wird es nur noch schlechter. Du hast einfach zu sehr versucht, es hinzubekommen. Naja, es war zu präzise und dann kommst du zu nah ran und dann trifft er dich nochmal. Das sollte natürlich auch nicht passieren. In den Runs, die ich normalerweise weiterspiele, lasse ich mich dreimal treffen, starte den Run neu. Wenn du eine angenehme Zeit haben willst. Man verliert pro Hit sieben Sekunden im Prinzip. Wir haben das gestern nochmal gemessen. Das ist ein Timeloss von sieben Sekunden jedes Mal, wenn du es nicht schaffst. Es sind halt Pixel. Wenn man zu früh springt, kommt man auch nicht auf die nötige Höhe, um wieder auf der Plattform zu landen. Und es sind halt Pixel, die fehlen. Okay, es ist mir zu blöd. Wir gehen ins Safe-Weg. Wie viel würdest du normalerweise sparen? Äh. Minute. Oh, ach Mist, ich bin ja... Ah. Ich bin ja Dieb. Liebe sind in dem Schloss gar nicht gerne gesehen. Das werden werde ich hier von den Hanseln angegriffen. Oh nein, bin ich jetzt auf die... Ich bin auf die falsche Seite gegangen. Ich geh halt nie diesen Weg. Weil halt einfach zu lange dauert. Ähm. Das ist auch eine Besonderheit an diesem Spiel. Gegenüber allen Spielen, die irgendwie mit Innenräumen arbeiten. Und zwar ist es so, dass dieses Spiel seitenverkehrt denkt. Das sagt, die Wand, die du jetzt im Hintergrund siehst, ist die Rückwand actually die, ähm, die du von hier siehst. Also, ja. Macht das Sinn? Also links bleibt, dreht die Seite dann. So, hier wollte ich hin. Jetzt habe ich alle Schlüssel verbraucht. Ich muss gleich nochmal neue kaufen. Ist jetzt halt so. Besser als ich da jetzt einen rumzugammeln. Den nächsten Sprung muss ich schaffen. Da gibt es keinen Weg drumherum. Weil man anders nicht zur Goldprüfung kommt. Außer man macht die silberne Ritterstatue. Da kriegt man eine Wurfaxt, mit der man als einziges überhaupt diesen Gegner, der da glitzert, überhaupt angreifen und verletzen kann. Und das werde ich nicht tun. Das wäre... Darum geht es echt. Falle. Wenn man direkt in der Tür steht und sich runter, äh, und sich spawnen lässt, dann fällt man direkt runter und hat nicht den Momentum, um auf der Plattform zu landen. Tut es nicht. Cool. Im Gegensatz zu den Bronze-Statuen haben die silbernen und goldenen Statuen übrigens keinen Unverwundbarkeits-Delay. Also, die kannst du immer angreifen, so oft und so schnell, wie du willst. Die Bronze-Statuen haben immer 0,8 Sekunden ungefähr Delay, bevor du sie wieder damagen kannst. Egal, wie oft du sie angreifst. Das ist ein bisschen ähnlicher. Das ist ein bisschen ähnlicher. Bei dem Boss gibt es auch eine unsichere Strategie, da sparst du so 3-4 Sekunden, aber die ist halt, da hast du eine Hitbox von einem Pixel, um den Boss zu damagen, wenn du die nicht triffst, dann verlierst du schon alle Zeit, die du halt gewonnen hättest. Also entweder machst du sie 100% richtig, auf 1 Pixel genau, jedes Mal, wenn du ihn treffen willst, dann sparst du 5 Sekunden oder du verlierst direkt Zeit. Also das ist halt super risky und lohnt sich eigentlich, wenn du nicht direkt auf World Record Pace gehst. So, müssen wir die Alte heiraten, oder es ist hier zumindest Versprechen. Da sehe ich mich ja persönlich. Hat das mal was schlecht, ne? Na egal. Man sollte meinen, wenn man schneller ist, kommt man besser darüber. Ja, nee. Ja, zweiter Try. Das war der letzte. Nein! Ich voll host, hab keine neuen Schlüssel gekauft. Und da schaffe ich es halt im Second Try. Äh. Ich bin halt auch ein Honk, ne? Naja. Dann zeige ich euch nochmal eine andere Taverne. In dieser Stadt gibt es so viele Tavernen. Ja. Jetzt werde ich wahrscheinlich ein Leben verlieren, aber das ist egal. Ja, moin. Der Johnny. Na, der ist echt der Pro. Läuft alles wie geschnitten Brot in dem Spiel. Schucken wir mal den Typen nochmal. Der hat ja einen Helmhahn. Ich meine, er fällt nicht auf, wenn er runterfällt, ne? Jetzt sterben wir. Blimm. Puff. Wäre gut gewesen, wenn wir oben gelandet wären, dann hätten wir das jetzt direkt weiterlaufen können. Ups. Früher abgesprungen. So. Genau so macht man das nicht. Guck mal, first try. Nur ein Leben verloren. Mann, 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 Mann. Nur ein Damage gekriegt. Wow. So wollte ich das. Ja. Calculated. Hat ja niemals was anderes gesehen. Ja, die Prüfung ist schon deutlich schwerer. Jemand sitzt unten und wirft Messer. Vielleicht der kleine Fuzzi von gerade eben. Ich weiß es nicht. Aber, äh, auch die treffen einen eigentlich nie. Weil die immer dann kommen, wenn du eh schon weg bist. Also, weiß ich, was die Programmierer sich hier gedacht haben. Wo jetzt hier der Schwierigkeitsgrad liegt. Aber, ähm, juh, da vorne fliegt ein Messer, wo du noch nie sein kannst. Aber, oder auch da. Keine Ahnung. Das ist so ein bisschen, hä? Hier ist ein Ding. Guck, das kann ich treffen. Und jetzt kommt noch mal eins. So, die goldene Statue hat ein unglaublich viel Leben. Du machst halt immer auch immer nur einen halben Schadenspunkt. Während die Statue halt zwei macht. Wie viel haben die? Äh, ja. Okay. Das ist das Dodge Lock. Zweimal geschafft. Die Malfall. Oh Gott. Jetzt wird es kritisch. Muss es klappen? Ne, lass mir zu unsicher. Ich will jetzt nicht sterben, weil da muss ich die ganze Prüfung neu machen. Jetzt haben wir den Skeleton Key. Der Skeleton Key, jetzt brauchen wir keine Schlüssel mehr, weil jetzt können wir überall rein. In Fenster und in Türen ohne den Schlüssel. So, deswegen braucht man im Prinzip auch nur drei Schlüssel. Jetzt habe ich gestern eine neue Strat bekommen von Mercistan. Der ist ein US-amerikanischer Runner von dem Game. Der hat mir diesen Trick hier verraten. Damit kommen wir nämlich direkt ins Schloss. Da waren wir ja gerade schon. Oh Wunder, ihr müsst hier so tun, als wenn wir hier noch nie gewesen wären. Und hier holen wir uns die Bronzene Ritterstatue. Und müssen jetzt einmal die Ritterprüfung ablegen. Mit der geilsten Musik im Spiel übrigens. Wenn man hier guten Subpixel erwischt, kann man auch direkt oben auf die Plattform springen. Mein Gott. I learned it from Jackie B. Ah, okay, okay, okay. But you told it me, so. Ja. Jetzt bekommen wir die blaue Ritterrüstung. Die allseits beliebte blaue Ritterrüstung. Die natürlichste Farbe für eine Ritterrüstung, die es gibt. Denkst du auch sofort an blaue Ritterrüstung, wenn du an mittelalterliche Ritter denkst? Blaue Ritterrüstung. Blaue Plastikrüstung. Dreiäugige Bewohner im Schloss. Wer kennt sie nicht? Große Atomkatastrophe von Pidip. Der Fashion Knight. Ja. Ah, Vini. Das muss, ne? Ja, ja. Also es gibt hier auch eine Strategie, die es RNG belastet, aber kann halt bis zu 15 Sekunden safen. Ähm, ja. Das ist die Safe Strat. Hier kommst du auf jeden Fall hoch. Und, ähm, jetzt müssen wir nur hoffen, dass wir keinen blöden Spawn haben. Ist mir egal. Dann keine Adler Spawn, die mich in der Luft abfangen. Wäre das eigentlich alles egal. Wir hüpfen rüber. und finden Joanne im Schloss. Und natürlich versprechen wir ihr auch, dass wir sie heiraten und ihre Schwestern retten. Zwinker, zwinker. Denn sie ist unsere eine große Liebe hier oben im Schloss. Die eine. Die eine. Die eine. Dann gehen wir die Abkürzung nach unten. Wir in dem Schloss haben wir nichts weiter verloren. Geil. Hat uns ja jetzt ein Game gegeben. Was will ich denn? Dieser Hansel hier greift einen an, wenn man nicht Dieb ist. Und kann man auch nur mit dem Goldenen Ritter überhaupt angreifen. Da wir den Goldenen Ritter niemals holen, wollen wir mit dem natürlich keinen Stress anfangen. Weil der hat breite Schultern. Wie ihr seht im Stream, ich nicht. Also lassen wir das. Ähm. Prinzipiell kann der aber eigentlich auch nichts. Der blockiert halt den Weg. So. Magiergilde Stufe 1 oder Wizard. Das ist glaube ich Zauber übersetzt, ne? Ein Plattformtraum für jeden. Für jeden Plattformer ein absoluter feuchter Traum. Dieser Test. Siehst du dich da auch, Sasa, hier? Hierbei sowas? Nee. Wird noch besser. Wird noch besser. Ich finde sowas absolut furchtbar. Furchtbar. Ich kann das gar nicht. Also die Steine haben immer die gleiche Rotation. In jeder Prüfung. Also in jeder Prüfung haben sie exakt die gleiche Rotation. Wer ist der Sprung? Und der hier. Und dann seht ihr schon die Statue spawnen oben. Die AP ist angezeigt worden. Auch hier wieder die I-Frames. Also Unverwundbarkeit-Frames. Wir können hier nicht so schnell Damage machen, wie wir wollen. Nehmen wir aber trotzdem. Blitzsch die Grafik wieder rum. Ne, das ist im Spiel jetzt. Also ich habe den Stream nebenbei offen. Ne, das ist das Spiel. Wenn ihr so Linien auf einmal despawn, das liegt am Spiel. Das ist einfach so. Das ist ein Feature. Um Blizzard zu zitieren. Ach so. Ja. Das ist... Jeder... Jedes Kostüm hat auch seine eigene Musik im Spiel. Was ich sehr grandios finde. Und wie gesagt, ihr seht ja die ganzen Türen überall, die ich jetzt auslasse. Die könntet ihr theoretisch alle besuchen und überall mal reingucken. Es ist halt das erste Open-World-Game. Es gibt auch Sidequests, die wir halt nicht machen. Und das für einen NES-Titel, das ist schon... Das ist schon enorm. Also der Spielinhalt, wenn man das wirklich 100% spielen will, da seid ihr echt gut beschäftigt. Und der Schwierigkeitsgrad ist halt auch nicht gerade ohne. Das liegt aber auch hauptsächlich an der komischen Physik zum Teil. Aber nichtsdestotrotz ein geiles Spiel. Also ich kann es nur jedem empfehlen, mal mindestens reinzugucken. Ähm... Jo, macht Spaß. Ähm... Mein Lieblingsspiel. So. Da wir jetzt direkt die goldene Magierprüfung machen und nicht die Silberne, ne? Weil der Silberne interessiert uns nicht. Haben wir jetzt direkt die zweite Stufe dieses Wurms. Normalerweise kommt ein Wurm, die die schwerere Version ist, es kommen zwei Würmer, die exakt das gleiche tun. Ja, also kreatives Game-Design ist hier on point. Die werden immer schneller. Je mehr, äh... Du ihn triffst, desto mehr Segmente verliert er. Und je mehr Segmente er verliert, desto... Ja, schneller wird er halt. Und, ähm... Sobald er nur noch ein Segment ist, also sein Kopf, macht er die Loop, die er als letztes, äh... geflogen ist, immer und immer wieder. Also wollen wir ihn nach Möglichkeit in der... uns angenehmsten Loop halt irgendwie erwischen. Damit wir ihn möglichst häufig treffen können. So. Das war die perfekte Loop, die ich haben wollte. Dann haben wir die goldene Magier-Statue. Witzigerweise, wenn wir jetzt den goldenen Magier abschließen, kriegen wir den Silber und den Magier gratis. Den brauchen wir zwar nicht, aber... Fun Fact. Ja. Gehen wir hier Geheimgänge lang. Die man nur mit dem... mit dem Schlüsselmann hier lang gehen kann. Diese Knüttel. Und jetzt der behinderte Scheiß. Du kannst diese Tue nur mit dem Schlüsselmann öffnen. Aber wenn du nicht Magier bist, musst du sofort wieder gehen. Also du wirst... Du gehst rein, um rausgeschmissen zu werden. Rauszugehen, dich zu verwandeln, um wieder reinzugehen. Hä? Dann kommt der Mann im... flanellfarbenen, fliederfarbenen Bademantel. Und das ist jetzt die Plattform, wo ich dich sehe, Sasa. Das ist halt Liebe zum Spiel. Nee. Dedication pur, ja. Immer noch die gleiche Rotation, aber... Macht Spaß. Oh, nein. Hahaha. Huhu. Ja, macht Spaß. Ja, macht Spaß. Mhm, super Spiel. Also... Gut. Ist eine tolle Prüfung. Oh. Und... Oh. Wer ist der Sprung im Spiel? Ich sag euch gleich, warum. Nein! Nein! Was war das denn? Das ist auch ein neuer Rekord für mich. So lange war ich noch nie in dieser Prüfung. Entweder bin ich unten gestorben einfach und musste neu anfangen oder ich war einfach fertig. Aber das hier ist auch mal was Neues. Abwechslungsreich. Jaja, also irgendwie schon, ja. So haben wir das endlich mal geschafft, diesen Sprung. Alles für die Spannung. Ja, und der schmeißt explodierende Eier. Ja, wer kennt sie nicht? Die guten explodierenden Eier. Ich möchte jetzt keine Supermarktkette nennen, aber je nachdem, wo ihr einkauft, kennt ihr die. Und, ähm, ja. Chris ist sonst schneller, ja. Normalerweise bin ich an dieser Stelle schon vier Minuten schneller, aber dann machen wir nochmal Poop. Ja. Und, ähm... Zeigen, was wir von dieser Prüfung einfach halten. So, und jetzt haben wir den flanellfarbenen oder lavendelfarbenen Schwebemagier. Den wir auch direkt wegwechseln. Weil er so langsam ist, dass ich ihn nicht will. Aber wir brauchen ihn halt später. Geh doch mal weg, du Wurm! Dieser Wurm greift mich ja an, solange ich kein Zauberer unter der Erde bin. Aber ich will ihn trotzdem jetzt gerade einfach dies bohren lassen. So, jetzt kommen wir zum dritten wichtigen Super-Seducer. Also erstmal, wir können hier nur hochkleiden. Ja, Super-Seducer Teil 3. Ja, 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 ja. So, hier haben wir Linze. Und Linze wollen wir natürlich auch heiraten. Natürlich. Aller guten Dinge sind drei. Und ihre Schwesterin Julia und Joanne, natürlich, die retten wir nebenbei. Zwinker, zwinker. Und, ähm, damit haben wir alle drei Gems, die wir brauchen. Und, äh, wie das nun mal so ist im echten Leben. Mit jeder Frau kommt große Verantwortung. Und wir haben drei Frauen versprochen zu ehelichen. Was kommt also? Der Endboss ist natürlich das Schwiegermonster. In diesem Fall ein dreiköpfiger Drache. Der kennt sie nicht, die Schwiegermutter. Ich möchte jetzt im Chat mindestens sehen, dass die Leute es, äh, nachvollziehen können. Ja, ich finde also... Bei mir ist es definitiv wie aus dem Gesicht geschnitten. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Die Hitbox hier ist übrigens vollkommen random. Ähm, weil wir wissen bis heute nicht so genau, ob es der dritte Kopf ist, der mittlere Kopf oder der unterste. Man fällt auch mal gerne durch, die Steine. Habe ich vergessen zu erwähnen. Ähm, der Drache bewegt sich auf der Hintergrundebene. Die Steine und der Spie und, und die, ähm, der Charakter befinden sich auf der Vordergrundebene. Und die Köpfe ebenfalls auf der Vordergrundebene. Und die Schüsse ebenfalls, weil sonst könnten sie ja nicht treffen. Und durch die random Bewegung des Hintergrunds kommt es halt dazu zustande, dass die Schüsse so komisch fliegen. Wie ihr seht. Ich schieße geradeaus, aber die Schüsse fliegen äh, mal länger, mal kürzer, je nachdem, wie sich der Hintergrund bewegt. Also das ist die weirdeste Kombination von simuliertem Movement in einer nicht vorhandenen Skybox, die es einfach gibt. Und kann zu lustigen Ergebnissen führen. Da war es mal vorsichtig. Hier eigentlich auch vorgesehen, dass man den goldenen Ritter hat, um mit dem Schwert zu schießen. Das hat straighte Schüsse. Egal, wie weit der Drache weg ist, du triffst immer also gerade Linien und unbeeinflusst durch die Geschwindigkeit oder was auch immer. So, wir haben den Swigermonster besiegt. Gegen den vierten Kristall. Und wir können jetzt hier den Geheimgang in das Schloss von Melchil halt machen. Und jetzt kommt die Climbing-Section, die einfach nur Zeit frisst und ein bisschen Spannung aufbauen soll, weil jetzt müssen wir nochmal durch alle Ebenen durch. Müssen nochmal komplett durch den Underground. Ja, also, falls ihr jetzt donaten wollt als Fundraiser hier für Run, ja, dann tut das jetzt, weil jetzt können wir ja so viel Zeit, dass wir eure Donations vorlesen können. Also, wenn ihr Geld übrig habt, dann tut das jetzt. Ist für einen guten Zweck. Ja, ihr wisst das schon. Oktober und so. ZVL. Z, Z, oh Gott, Sarah, sag du, Sarah, krieg du ein. ZFM. ZFM. Mein Gott, ich krieg das gerade nicht über die Lippen. Alles gut. Bin aber auch mit Springen beschäftigt. Also, jetzt, Leute, macht mal eure Portemonnaies auf. Let's go. Ja, Schuze, entweder bei uns den Parents oder Ausrufezeichen spenden. Da kommt ihr zum Donation-Link. Wäre auch gut zu erwähnen. Das ist dein Sellout, nicht meiner. Ich tue so, als wenn ich hier irgendwie unterhalten würde und du machst den Sellout. Das klingt nach gerechter Aufgabenverteilung. Weil du dich besser verkaufen kannst? Nee, ich bin zu blöd zum Springen. Achso. Ja, also jetzt sind wir in der Stadt. Wir müssen jetzt durch alle Gebäude nochmal von den Ebenen her ungefähr durch. Das Geld brauchen wir nicht, weil wir kaufen ja nichts mehr. Ich habe 25 Subs gegiftet. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber der Rest nicht. Falls wir die 25 Euro vollkriegen, machen wir 30 Euro. Wenn wir 30 Euro vollkriegen, runde ich auf 50 auf. Let's go, Leute. Alex! Vielen, vielen lieben Dank für die 5er Subbomb. Hier kann man auch nochmal ein bisschen Zeit sparen, weil jetzt muss man hier immer fliegen beziehungsweise levitieren und levitieren ist das Langsamste im Spiel überhaupt. Man geht dann hier in die kleine Einbuchtung, um einen Sprung zu machen. Wenn der Sprung schon schneller ist als das Levitieren, dann weißt du, wie langsam levitieren ist. Levitierpose auch sehr, sehr schön dabei. Jaja. Jetzt kommt übrigens der Mindblowing Glitch überhaupt. Ich will jetzt nicht zu viel ankündigen, aber, ähm, ja, jetzt müssen wir erstmal den König befreien. Wer kennt sie nicht? Die explosiven Seile. In diesem Spiel explodiert übrigens alles. Seile, alles. Ah ja. Dann seht ihr den Burger King dort sitzen. Gelangweilt. Das Melkill, der Gegner. Bitte klickt hier auf Nein. Wenn ihr auf Ja klickt, habt ihr das Spiel verloren. Der Run ist im Arsch. Müsst ihr neu anfangen. Und, ähm, das war Wizard and Warriors 3. Also dafür, dass der anfang so furchtbar war liegst du aber noch echt gut in der zeit also vergleichsweise ja ja wie gesagt also ich hole wenn ich wenn ich runs mache dann verliere ich am anfang immer zeit am ende mache ich halt gold typen gold time gold zeit nur so bla man denkt mir so cool hätte ich am anfang nicht total verkackt hätte ich jetzt eine neue bestzeit das passiert aber ja ja also normalerweise nennt man das ja auch noch maraton ich hoffe übrigens dass keiner fotosensitive epilepsie hat mal bitte weg guck mal sehe zu spät aber naja ja gut dass du sowas immer vorher sagst wie man den glitch vorbereitet du musst dich also ich kann das jetzt schwer erklären ich sag nur du musst dich auf einen bestimmten pixel stellen du musst einen schuss als feuermagier abgeben nach hinten und dann transformieren auf gleiche muss gleiten und dann ist der boss überfordert ob er welche pattern er laden soll und entschließt sich dann so und explodiert einfach wie im echten leben weiß ich was du tun sollst wenn im regal steht vorm regal stehst und dann buch wer kennt es nicht wort gerade tequila also absinnt ja genau so wie im echten leben es ist halt wirklich es ist am leben angelehnt und ja es sollte immer teil 4 kommt von snes dann in der zukunft weil wir sind jetzt in den zeitstrudel geraten und wir sind jetzt in der zukunft 21 192 oder so und da sollte es dann weitergehen kam leider nie sehr 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 schade ist ein tolles spielte m ja spielt es aber mal ist es lohnt es sich ist ein liebhaberspiel und es waren zu wenige alleine wegen des heiraten ich meine hat sich jetzt ja unglaublich gut aus der affäre gezogen einfach in der zeit verschwunden das heißt er hat die alten den alten den kristall abgeluchst und muss jetzt nicht mal gut er durfte auch nicht bangen aber deshalb löten hat sich gut rausgezogen aus der ganzen nummer ja ich glaube das sind die perfekten abschlussworte für diesen land und wir gehen jetzt mal in eine kurze pause bereiten den nächsten run vor und ich wünsche euch dann noch viel spaß bis gleich